So, wir kommen jetzt leider schon zum letzten Song. Ja. Schön. Das lieben wir so. Ernesto, vor dem letzten Song gehen geht gar nicht. Mitgehangen, mitgefangen. Ganz verstochen. Andi Brumm. Ich hab hier noch was. Ich glaub, der Hund ist auch verstochen. In so einem Fels sammelt sich auch was. Der Armhund. Tschüss. Danke fürs Kommen. So. Wir kommen jetzt zu einem Stück. Eine Kommission von Matthias Nicola. Und ich glaub, die heißt... Wer ist denn der Effekt? Genau. Der Song, den wir jetzt spielen, der heißt Rotzkiste. Ja. Cooler Effekt, Rotzkiste. Okay. 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 Musik Musik Sch tune Untertitelung. BR 2018 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 So, liebe Gäste, das war's. Lesepavillon meets Lounge. Heute Abend mit MF in the Lounge ist und ein tosender Applaus an den Keyboards für Carina Peitz. Wow, der ist echt tosender Applaus, das ist gut. So mögen wir das. Am Bass aus Schöneberg-Kübelberg. Heute für euch, Mr. Long Hair Hippie, Sven Sommer. Applaus. Da bellt sogar der Hund. Sensationell. Ich glaube, der Hund ist gut erzogen. Die Leute klatschen, bellt der. Okay. Aus Hassel. Wer das nicht weiß, wo das ist, das ist ein Vorort von St. Egbert. Oder? Kann man so sagen? Oder kann ich auch sagen, die Bronx von St. Egbert? Ja. Die Bronx von St. Egbert. Aus Hassel. An der Gitarre, Matthias Nikola. Wow. Ich glaube, das war der absolut tosendste Applaus, den wir jetzt hatten. Pass mal auf, jetzt legen wir noch einen drauf. Am Schlagzeug, Elmer Federkeil. Ja, wir haben gerade gerätselt, wo die Einzige gekommen ist, aber jetzt haben wir sie noch. So, wir möchten natürlich danken dem Lesepavillon, der uns das ermöglicht, hier zu spielen. Und die Mädels von Olli Häffle und seinem Team, die kriegen jetzt auch mal einen Applaus. Die haben mich hier heute echt geschuftet. Also, Applaus für den Lesepavillon, die Gastro. So, und in zwei Wochen, ja, heute in zwei Wochen geht es weiter. Wir haben nochmal ein neues Motto. Das Motto heißt Lesepavillon meets Jazz. Und ich glaube, das wird richtig gut. Wir wollen uns verabschieden mit dem schönen Sonnen Rotzkiste von Matthias. Und wir sind total happy, dass ihr da seid, da geblieben seid und unsere Chill-Out-Mucke hier gehört habt. Wir fanden es cool. Achso, äh, noch was. Wir wurden auf Video aufgenommen. Das ist der Steffen, der kriegt ja auch mal jetzt einen Applaus. Steffen, Applaus für ein Video. Und der Steffen, der lädt das hoch auf die Facebook-Seite vom Lesepavillon und lädt die Videos hoch und die sind dann ab morgen, spätestens übermorgen, anzuschauen. Ist doch auch nett. Steffen, da bin ich mal gespannt, was du zu den Songs schreibst, ja? Ob du dir das merken konntest. Die hat keine Setliste. Ich habe heute keine Setliste für dich. Okay, danke. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Schönen Dank, Marina Peitz, Matthias Nicola, Sven Sommer, Emma Friederkei. Danke fürs Kommen. Bis bald.